Neue Details der WM-Affäre. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem DFB Steuerhinterziehung in Höhe von 2.567.125 Euro vor. Das geht laut dem Spiegel aus dem Durchsuchungsbeschluss hervor. Der Verband soll die ominösen 6,7 Millionen Euro als Betriebsausgabe geltend gemacht haben. Auch die Rolle Wolfgang Niersbachs scheint deutlicher zu werden. Ein Briefentwurf, den das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe veröffentlichte, soll belegen, dass Niersbach doch schon viel früher von der geplanten Rückzahlung an den ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis Dreifuss wusste. Darauf lassen handschriftliche Vermerke auf dem Brief von 2004 schließen, die von Niersbach stammen sollen. Der DFB-Präsident hatte bisher beteuert, erst in diesem Sommer von der Zahlung erfahren zu haben. Zudem hat Niersbach die unrichtige Steuererklärung 2007 unterschrieben. Der frühere WM-Botschafter Günther Netzer hat unterdessen eingeräumt, eine Vermittlerrolle für Dreifuss übernommen zu haben. Sein Anwalt teilte mit, dass der frühere Adidas-Chef ihn gebeten habe, Kontakt zu den WM-Machern herzustellen. Von einem vermeintlichen Darlehen habe er aber nichts gewusst. Auch für die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, die die Ermittlungen gegen den DFB leitet, hat die Steueraffäre negative Auswirkungen. Wie die BILD berichtet, habe sie Hass- und Drohmails erhalten. In einer Nachricht soll wortwörtlich gestanden haben, wenn sie den DFB vor Gericht stellen, würde ich an ihrer Stelle aufpassen. Sie solle dafür sorgen, dass die Ermittlungen eingestellt und 30.000 Euro auf ein Konto überwiesen werden. Niesen hat die Kripo eingeschaltet. Fortsetzung folgt.